Die Welt der Promis Hausner erleben, von Schauspieler bis Royale Ade, von Sänger bis Profisportler. Focus Online präsentiert die aktuelle Nachrichten und exklusive Stories aus der Welt der Stars im Dicker. Weiter berichtet. Sie befinde sich seitdem zudem in psychotherapeutischer Behandlung. Kapmann verließ ihren Mann kurz nach Bekanntwerden der schweren Vorwürfe gegen ihn und lässt sich derzeit scheiden. Mehr als 100 Frauen, darunter zahlreiche Stars, werfen Harfei Weinstein vor, sie sexuell belästigt oder sogar vergewältigt zu haben. Er selbst hat dies stets bestritten und beteuert, es habe sich um einen vernehmlichen Sex gehandelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017